Nicht nur durch Sebastian Vettel ist Heppenheim immer wieder im Gespräch, nein auch Volker Siratzki sorgt für Aufregung in der rund 26.000 einwohnerstarken Stadt an der Bergstraße. Der Hobbyhandwerker baut seit über neun Jahren an einer Burg, die einmal Kindern zur Freizeitgestaltung zur Verfügung stehen soll. 2005 meldet sich die Stadt, das Projekt sei illegal und müsse eingestellt und entfernt werden. Dann war Funkstille und der Burgenbauer schleppt weiterhin Material an und zieht sein Projekt durch. Nachdem Volker Siratzki finanzielle Probleme hat und das Grundstück zwangsversteigert werden soll, stellt die Behörde nach neun Jahren plötzlich fest, dass es sich hier nicht um ein leeres Grundstück handelt, sondern dort eine kompakte Burg ihren Standort hat. Jetzt ist Schluss mit Bauen, sagt die Behörde, denn das Gebäude ist einsturzgefährdet und muss abgerissen werden. Wer für diese Kosten im Endeffekt aufkommen wird, ist derzeit noch fraglich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017